München ist eine Stadt voller Erlebnisse, Geschichte und Geschichten. Aber die Landeshauptstadt hat noch viel mehr zu bieten als nur Biergärten, Schickeria und Oktoberfest. München ist eine Stadt voller Musik. Egal ob Klassik, Volksmusik, Rock oder Pop, Münchens Töne sind bunt und vielfältig. Wir von Munich City of Music möchten den Sound dieser Stadt für alle sichtbar machen. Munich City of Music liefert euch einen ganz schnellen Überblick. Von der Musikgeschichte dieser Weltstadt bis hin zu aktuellen Shows, Events und musikalischen Stadtführungen. Es ist ein Anlaufpunkt und ein Terminkalender für Musikfans aus aller Welt. Ja, das ist der Punkt. Ihr seht, wir als Kulturschaffende haben uns überlegt, wie wir die ganze Geschichte hier in München bündeln können. Es ist euch ganz einfach machen, wenn ihr euch für Musik interessiert. Ihr findet alle Musiksparten bei uns auf dem Portal, wenn ihr nach Musik sucht, nach Entertainment, nach Live-Shows, wie auch immer. Und andererseits, wenn ihr selber euch bemüht, in der Kultur tätig seid, euch promoten wollt, euch darstellen wollt, eure Konzerte, eure Shows, was auch immer. Dann seid ihr bei uns richtig. Munich City of Music. MCOM. That's the place to be. Viel Spaß. Das war's. Das war's.